Hallo und herzlich willkommen zu Average Gaming. Heute, auf wärmste Empfehlung meines lieben YouTube-Kollegen Senfzweig, zeige ich euch mal, wie ich mich so bei einem Tuning-Rennen geschlagen habe. Es wird euch allen noch in bester Erinnerung sein. Es ging auf Suzuka rund und zwar gab es so einiges zu kritisieren an diesem Rennen, aber dazu komme ich später noch. Und ihr seht hier, bzw. ich komme nochmal zurück zu Senfzweig. Ich poste den Link zu seinem YouTube-Kanal mal hier in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal rein, er macht echt super Videos. Also zurück hier zu diesem Rennen. Wie ihr seht, kaufe ich einen wie ein Verrückter. Ich rüste hier den Silvia Spec Aero S15 von 2002 scheinbar. Ein Nissan, den rüste ich auf und zwar bis dort hinaus. Also ich krieg mich gar nicht mehr ein, kaufe hier ein Item nach dem anderen. Zum Glück habe ich reichlich Credits auf der hohen Kante liegen, sodass ich hier nicht in Geldnot gerate. Und ja, ich muss sagen, ich habe mich hier reichlich verskillt, wie der Rollenspieler sagen würde. Ich habe einfach mal alles aufgerüstet und jetzt geht es auch noch ab hier zum Tuning. Und nein, der normale Flügel, der tut es nicht. Also wenn Heckspoiler, dann aber richtig. Medium nicht, Low nicht, nee, nee. Es muss die fette Variante sein. Und zwar der hohe, dicke Heckspoiler mit den fetten Seitenteilen. Wenn schon, denn schon habe ich mir gesagt, für 1500 Credits ist das doch ein Preis-Leistungsschnapper, sollte man meinen. Und ja, sieht hübsch aus, oder? Also ja, ich bin nicht gerade ein großer Tuning-Freund, wie ihr euch denken könnt. Und hups, warum hat dieser Wagen jetzt eine komplett andere Farbe? Nun ja, wie bereits erwähnt, habe ich mich komplett verskillt und habe mir den Wagen einfach noch ein zweites Mal gekauft, um dann ordentlich anhand von Daten, die ich mir aus dem Internet gesaugt habe, zu tunen. Und das ist jetzt zwar ein Setup für den Nürburgring, aber es trifft so ziemlich genau die Leistungsgrenzen hier. Das waren, lasst mich nicht lügen, 600 ppm und oder hier 600 Leistungspunkte, wie auch immer man das nennt. Und 350 PS maximal. Und ich war dann hier auf 599 Leistungspunkten mit 348 PS. Also ganz gut. Wie ihr seht, habe ich hier Fire einfach mal direkt vom Start weg in die Tasche gesteckt. Und vor mir ist nun Amnesia. Und wir gehen hier in die ersten Kurven schön, schön weich rein. Der Wagen hat einen ganz wunderbaren Grip. Da lässt sich wirklich nicht meckern. Sehr schön kontrollierbar. Das ist normalerweise in der Grundausstattung dieser Fahrzeuge nicht ganz so easy zu handeln. Aber wie gesagt, ich habe es mir einfach gemacht und habe mir die Specs aus dem Internet rausgesucht. Da könnt ihr auch gerne mal gucken. Ich werde da mal den Link... Ja, ich will nicht zu viel versprechen. Ich gucke mal. Vielleicht poste ich auch diesen Link hier in der Videobeschreibung, denn da hat ein sehr findiger englischer Gran Turismo 7 Spieler offensichtlich mit Schwerpunkt auf Tuning, hat da für sämtliche GT7 Fahrzeuge alle möglichen Specs gepostet. Und hier der rote Wagen hat die Kurve nicht bekommen, aber ich finde, dass er bemerkenswert da wieder rausgedriftet ist. Hut ab für diese Leistung. Das war wirklich sehr schön gemacht von ihm. Da hat er seinen Fehler sehr formschön und galant wieder ausgebügelt. Und ja, wir halten uns immer noch zäh auf der fünften Position. Und wie gesagt, diese Specs aus dem Internet, das ist wirklich eine Goldgrube. Da findet ihr für jeden Wagen unterschiedlichste Konfigurationen. Und wenn es denn mal wieder zu so einem Tuningrennen kommen sollte bei den Daily Races und ihr euch da auch reinwagen wollt, ist das eine Adresse, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Wie gesagt, ich will nicht zu viel versprechen. Ich hoffe, ich denke dran, den Link hier auch in der Videobeschreibung zu posten. Falls nicht, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren daran erinnern, dann werde ich das nachholen. Jetzt wurde ich wieder zurück überholt von Fire, aber was der mit fahrerischem Können geleistet hat, das mache ich mit purer Leistung wieder wett auf der Graden und überhole ihn einfach zurück, ohne hier großartigen Skill an den Tag legen zu müssen. Aber ja, er bleibt dran. Er bleibt dran. Wir führen hier einen wunderbaren Zweikampf, auch verhältnismäßig fair. Kommt zwar hier ganz kurz zum kleinen Lacktausch, schwarz und weiß, das macht sich ja ganz gut miteinander. Da haben wir gegenseitig mal unsere Insignia ausgetauscht und jetzt jage ich ihn hier durch die enge Kurvenkombination und da ist doch recht schwer zu überholen. Selbst mit dem Leistungsüberschuss, den ich hier ihm gegenüber habe, ist das alles andere als einfach. Aber ja, das Rennen war an und für sich wirklich ganz spaßig, muss ich wirklich sagen. Die britischen Streamer, die alle natürlich äußerst versierte Fahrer sind, haben hier die Nase gerümpft und haben das als das schlechteste Daily Race in der Geschichte von GT7 tituliert, haben sich richtig geradezu entrüstet geäußert über dieses Daily Race. Aber ich muss sagen, das war eigentlich mal wirklich eine ganz gute Abwechslung und nochmal vielen Dank für den Tipp, lieber Senfzweig, weil nachdem ich die britischen Streamer gehört habe, hatte ich das eigentlich schon abgeschrieben. Aber nach deinem Video, in dem du das wärmstens empfohlen hast, habe ich mir gedacht, komm, probierst es einfach auch mal aus. Das scheint ja doch ganz cool zu sein. Und du hattest recht, war wirklich ein ganz lustiges Rennen. Da kann man echt nicht meckern. Und ja, großes Manko war halt, dass Polyphony hier ein Fahrzeug in den Mix geworfen haben, das man nicht bekommen konnte, das man nicht erwerben konnte, käuflich. Hier sitzt Feier übrigens mit Zeitstrafe ab, so dass ich ihn wieder mal ziemlich einfach habe überholen können. Aber fahrerisch ist er halt wirklich nicht schlecht und er klebt mir hier schon wieder am Heck, trotz meiner überlegenen Leistung. Also ja, da gibt es wirklich Fahrer, die tatsächlich auch aus einem unterlegenen Fahrzeug noch das Maximum rausholen. Und Feier muss ich hier mal wirklich Respekt zollen. Das hat er richtig gut gemacht. Und ja, wie gesagt, das war wirklich ein Problem, denn der Sileti heißt der, glaube ich, war hier tatsächlich das Metacar, wie man es so sagen pflegt, oder auf Deutsch das Überauto. Und den konnte man nicht kaufen, weder beim Gebrauchtwagenhändler noch in der Brand Central, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, vermutlich Markenzentrale, keine Ahnung. Und da ist gerade ein anderer Fahrer respawned und ich habe ihn gerade noch so überholt im respawn. Keine Ahnung, wo es ihn da rausgedreht hat. Ich hatte seinen Unfall, den haben wir gar nicht im Bild. Aber er wurde da gerade direkt vor meiner Nase wieder zurück auf die Strecke gesetzt. Also wundert euch nicht, warum ich hier auf einmal auf Platz 4 bin, einen Platz wieder gut gemacht habe. Das war also einer, der vor uns lag. Und ja, glücklicherweise hat er einen Fahrfehler begangen. Und mittlerweile befinden wir uns auf Platz 4 mit ordentlich Abstand zum fünften, der Nizarell Duende. Und Feier ist auf Platz 6 zurückgefallen, trotz seines wirklich hohen fahrerischen Könns. Aber gut, so ist das dann halt. Ich denke mal, dass die Fahrer jetzt vor ihm, dass der Nizarell Duende oder wie auch immer er heißen mag, der fährt sicherlich auch einen Sileti, denn er holt auch mit 7 Meilen Stiefeln auf mich auf. Ich hier wieder mit einem wunderbaren Fahrfehler. Es gibt ja sehr selten mal ein Rennen, in dem ich fehlerfrei bleibe. Hier also auch nicht. Und ja, der Sileti ist im Schnitt so zwei Sekunden schneller pro Runde. Das macht natürlich eine ganze Menge aus, wie ihr wisst. Zwei Sekunden sind wirklich unfassbar viel. Und ist natürlich doof, wenn man den nicht in seiner Sammlung hat. Dann hat man direkt mal einen riesen, riesen Manko. Trotzdem ist es uns hier gelungen, ziemlich gut abzuschneiden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir auch ein paar Silatis haben hinter uns lassen können. Also gute Sache das. Da kann man sich doch freuen. Wir sind jetzt mittlerweile schon in der letzten Runde. Ich habe zwischendrin ein paar Runden rausgeschnitten, in denen wirklich gar nichts passiert ist. Und ja, das zu fahren hat wirklich Freude gemacht. Also wunderbar kontrollierbares Auto. Grundsätzlich, es muss kein Tuning-Rennen sein. Aber für die Zukunft wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn Polyphony auch mal in den Daily Races B oder C normale Straßenwagen nehmen würde. Und nicht nur GT3 oder GT4 oder auch GT2 seltener, sondern eben ganz normales Straßenwagen. Das ist auch meine willkommene Abwechslung. Im Daily Race A kommt das ja durchaus öfter mal vor. Nur zählt es ja leider nicht fürs Driver Rating. Deswegen halten sich ja die meisten von uns auch vom Daily Race A fern. Das bringt ja nicht so wirklich was, außer Spaß. Aber wer will schon Spaß, wenn er Punkte fürs Driver Rating sammeln kann, oder? Also nein, natürlich nicht. Das war eng hier. Am Nisi hätte ich jetzt fast eine Torpedo-Aktion gebracht. Ich konnte gerade noch rechtzeitig abbremsen, damit ich hier nicht neben ihm krache, weil das wäre keine saubere Aktion geworden. Und nein, in Daily Race B und C haben wir natürlich auch jede Menge Spaß und sammeln gleichzeitig Punkte fürs Driver Rating. Insofern, also mich zieht da nichts ins Daily Race A und zu denen dann oftmals Straßenwagenrennen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass das tatsächlich mal öfter auch für B und C vorkommen würde. Dass wir da auch mal in anderen Fahrzeugkategorien unterwegs sind. Aber ich habe eh das Gefühl, dass Polyphony hier ein paar Testreihen gestartet hat, um mal was Neues zu probieren. Die Woche vor diesem Rennen hatten wir ja ein Rennen mit dynamischem Wetter. Jetzt hatten wir ein Tuning-Rennen. Das ist doch eine ziemlich coole Sache, dass Polyphony hier ein bisschen was ausprobiert. Und wie ihr seht, habe ich hier so gerade noch mich Mizzarell Duende erwehren können. Und wir bringen Platz vier nach Hause. Wunderbare Sache das. In letzter Zeit haben wir ja doch recht selten unter den ersten fünf abschließen können. Und toll, dass uns das heute mal ausgerechnet noch bei einem Tuning-Rennen gelungen ist. Und ja, der Slow-Clap des Mechanikers ist wohlverdient. Und mit diesem kleinen Erfolg entlasse ich euch wie immer in die Nacht. Macht es gut und tschüss.